FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Heute knüpfen wir an Überlegungen an, die am Ende der letzten Sendung etwas schnell am Schluss dargestellt wurden, weil die Stunde leider mal wieder nur 60 Minuten hatte. Wir wollen uns ja dem linken Antisemitismus nicht nur phänomenologisch nähern, sondern auch die Ursachen und Gründe erfahren, warum es so etwas, was ja zeitweilig sogar geleugnet wurde, überhaupt gibt und worum es entstanden ist. Ein vulgäres Verständnis von Marx war eines, das er selbst abgewiesen hatte, das nämlich die Kapitalisten anstelle des Kapitals zu bekämpfen seien. Ein anderes Mistverständnis zeigte sich daran, dass in Lenin-Zeiten über Nacht quasi ohne Diskussion die englische und marxische Forderung Proletarier aller Länder Vereinigt Eucht umformuliert wurde zu Proletarier und unterdrückte Völker der Welt Vereinigt Eucht. Bevor dies geschah, hatte übrigens allerdings auf Polnisch und bis 2012 nicht ins Deutsche übersetzt, Rosa Luxemburg schon die Phrase von nationaler Selbstbestimmung, die die Phrasiologie der zweiten Internationale fortsetzte, kritisiert, im Rahmen einer Kritik des § 9 des Programms der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die den Unfunk aufbrachte, dass, Zitat, und allen Nationalitäten, die zum Staat gehören, das Selbstbestimmungsrecht zustehe. Das, was nun unter dem Titel Nationalitätenfrage und Autonomie seit letztes Jahr in zweiter Auflage zugänglich ist, revulsierte sie niemals, sondern wiederholte es in der Schrift Akkumulation des Kapitals und in der wohl bekannteren Junius-Broschüre, Die imperialistische Politik ist nicht das Werk irgendeines oder einiger Staaten, sondern das Produkt eines bestimmten Reifegrads in der Weltentwicklung des Kapitals, eine von Hause aus internationale Erscheinung, ein unteilbar Ganzes, das nur in allen seinen Wechselbeziehungen erkennbar ist und dem sich kein einzelner Staat zu entziehen vermag. Damit war im Grunde die ganze antiimperialistische Ideologie, das höchste Stadion falschen Antikapitalismus, gerichtet. Das würde vielleicht die Linke wissen, hätte sich die deutsche Sozialdemokratie nicht als Partei der Luxemburg-Mörder, wie Herbert Marcuse in einem Brief an Adorno schrieb, erwiesen und somit statt eine von Luxemburg belehrte Linke eine tote Frau im Landwehrkanal das Ergebnis war. So hatte sich jedenfalls ein nationaler Bolschewismus durchgesetzt. Was das für unsere Problematik heißt, kann man vielleicht an ihrer Reaktion auf eine antisemitische Kampagne erkennen, die 1910-11 stattfand und an der sich auch eine Fraktion der polnischen Sozialdemokratischen Partei beteiligte, der sie bejagt scheinigte, dass man sich in einem gefährlichen Irrtum befände, wenn man glaube, man könne ein Sozialnationalist sein, ohne Antisemit zu sein. Lenin war dann nach der Oktoberrevolution ganz opportunistisch, wenn er den Versuch machte, die weltweit entstehenden Bewegungen gegen ausländische Besatzung von Kolonialmachten für die kommunistischen Parteien zu instrumentalisieren, was in manchen Fällen, wie Luxemburg erwartete, ziemlich in die Hose ging, etwa in China, wo ausgerechnet die Kuomintang, eine bürgerliche Nationalbewegung, unterstützt wurde, die dann ein Massaker an den ArbeiterInnen anrichtete und, so Viktor Serge, zufolge von Lenins Verbünde die Arbeiterklasse besiegt und erdrosselt wurde. Der Fehler, auf den nationalen Befreiungskampf zu setzen, den die Kommunistische Internationale beging, bestimmte auch den ganzen falschen Anti-Imperialismus bis heute, selbst da, wo er sich nicht auf Lenin berufte. Rätekommunisten wie Franz Femmfert, der während des ersten Weltkriebs noch die Antinationale Sozialistenpartei gegründet hatte, verließen, so denn als bei die KPD, nämlich 1920. Wenn man die Verfahrensweise markischen Denkenssicht zum Modell macht, kommt man zu ähnlichen Konsequenzen. Darum sollte das Jahr 2019, in dem im Januar die Ermordung Luxemburgs, sich hier zu Anlass genommen werden, ihre Schriften sich mal wieder zu vergegenwärtigen, insbesondere auch die im Karl-Dietz-Verlag erschienene Schrift Nationalitätenfrage und Autonomie, die auch die personalistische Interpretation der markischen Kritik der politischen Ökonomie abweist, wie angedeutet wurde. Das ist auch eine Impfung gegen eine antisemitische Auslegung Marxens. Die personalistische Interpretation des Kapitals lehnte Marx in seiner Schrift das Kapital schon ab. Die Menschen sind abhängig, nicht abhängig. nicht persönlich von jemanden, sondern von anonymen, abstrakten Verhältnissen. Das ist ein wesentlicher Unterschied von den Herrschaftsformen, wie wir sie aus dem Mittelalter oder der Antike kennen. Im berühmten Fetisch-Kapitel, an dem viele früher einmal scheiterten, jedenfalls wenn man auf dem Flohmarkt gebrauchte Bände des Kapitals erheischt, hören die Anstreichungen merkwürdigerweise im Band 23 auf Seite 85, wo dieses Kapitel beginnt, auf. Mag sein, dass auch die Anpolitisierung mit Marx-Schulung daran scheiterte, dass der die Menschen narrende Fetischismus von Ware, Geld und Kapital stärker war als die schwer verständliche Kritik Marxens. Es gab auch Einführungen, die die Problematik ganz umgingen und am liebsten dann gleich beim Mehrwert begannen und den dann moralisierend kritisierten. Anders Marx. Er kontrastiert die kapitalistische Epoche gegen vorkapitalistische Zeiten. Ich zitiere Marx. Versetzen wir uns in das finstere europäische Mittelalter. Statt des unabhängigen Mannes finden wir hier jedermann abhängig, Leibeigene und Grundherren, Basallen und Lehnsgeber, Laien und Pfaffen. Persönliche Abhängigkeit charakterisiert ebenso sehr die gesellschaftlichen Verhältnisse der materiellen Produktion als die auf ihr aufgebauten Lebenssphären. Aber eben weil persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, die gegebene gesellschaftliche Grundlage bilden, brauchen Arbeiten und Produkte nicht eine von ihrer Realität verschiedene fantastische Gestalt anzunehmen. Sie gehen als Naturaldienste und Naturalleistungen in das gesellschaftliche Getriebe ein. Die Naturalform der Arbeit, ihre Besonderheit und nicht wie auf Grundlage der Warenproduktion, ihrer Allgemeinheit, ist hier ihre unmittelbar gesellschaftliche Form. Die Frohnarbeit ist ebenso gut durch die Zeit gemessen wie die Waren produzierende Arbeit, aber jeder Leibeigene weiß, dass es ein bestimmtes Quantum seiner persönlichen Arbeitskraft ist, die er im Dienst seines Herrn verausgabt. Der dem Pfaffen zu leistende Zehnten ist klar als der Segen des Pfaffen. Wie man daher immer die Charaktermasken beurteilen mag, worin sich die Menschen hier gegenüber treten, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten erscheinen jedenfalls als ihre eigenen persönlichen Verhältnisse und sind nicht verkleidet in gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen, der Arbeitsprodukte. So wie vor dem Kapitalismus möchten nun die Menschen heute, leider auch Linke, das kapitalistische Produktionsverhältnis, das ein globales ist, immer noch sehen. Und da hätte man ja, wenn man darunter leidet, was der Kapitalismus einen antut, gern jemand, den man erschlagen kann, weil er schuld ist. Nur, dass dann am Schluss dann Juden erschlagen, erschossen, erhängt oder vergast, herumliegen. Was man also mit Marx erkennen kann, ist den gesellschaftlichen Realgrund, der den in den Subjekten zu finden, einen Erkenntnisgrund bedingt, in einer Weise, dass der Realgrund unkenntlich wird und was die Kritik der politischen Ökonomie von Wirtschaftswissenschaft unterscheidet, ist so eine Erkenntnistheorie des Fetischismus. Diese verbergen sich in dem, was Güter von Waren unterscheidet. Diese sind nicht nur wirtschaftlich, sondern auch rechtlich bestimmt. Die Aneignung von Waren hat dennoch zwei Aspekte, die Besitz und Eigentum entsprechen und sich vor allem erst einmal auf Sachen beziehen, die von Personen zu unterscheiden sind. Besitz ist die tatsächliche Verfügungsmacht, Eigentum im juristischen Sinne verstanden, nicht als Produktionsbegriff, wie sie was mag sonst zu verstehen ist, ist die rechtliche Verfügungsmacht über Sachen. Kenntlich wird das, wenn ich jemandem etwas leihe, da geht die tatsächliche Verfügung über die Sache über, an den anderen, während die rechtliche bei mir bleibt. Das sind wechselseitige Willensakte, die im Vertrag fixiert sind, manchmal auch schriftlich festgehalten, gar nur drei Jahre beglaubigt werden. Denn an den Sachen lässt sich ein solches Verhältnis gar nicht erkennen, es sei denn, es wird ein Zeichen angebracht, auf dem der Name des Eigentumers steht. Der Willensakt beruht auf Freiheit, die die wechselseitige Anerkennung als Privateigentümer beinhaltet. Auch etwas, was nicht in die sinnliche Sphäre eingeht. Wir haben hier also eine doppelte Weise der Gegenstandskonstitution. Es ist so, als ob der Wille in den Sachen hauste. Allerdings versteckte sich der Wille nicht so wie eine Maus in ihrem Mauseloch, sondern ist eine kollektive Wirklichkeitskonstitution. Gegenüber Dingen stehen wir in keiner freien Beziehung, sondern in einer Gewaltbeziehung, woran sich ja, weil das auch manchmal die geliebten Haustiere betrifft, mancher so gar nicht darüber erfreut. Die wahren sind Dinge, schreibt Marx, und daher widerstandslos gegen den Menschen. Wenn sie nicht willig, kann er Gewalt brauchen und in anderen Worten, sie nehmen. Und diese Dinge als wahren aufeinander zu beziehen, müssen die wahren Hüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, sodass der eine nur mit dem Willen des anderen, also jeder nur vermittelt eines beiden gemeinsamen Willensakt, sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dieses Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieser Rechts- oder Willensverhältnisse ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer. Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, dass die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikation der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten. Hier schon zeigt sich etwas, was im gesellschaftlichen Normalfall zum allgemeinen Vorurteil geworden ist. Person ist ja meist negativ besetzt, wenn zum Beispiel jemand mit dem Zeigefinger winkt, diese Person hat schon wieder dies oder das gemacht, so als ob in ihm etwas gar nicht so Menschliches stecke. Deutlich wird das Marx zufolge in der kapitalistischen Form der Produktion. Auch da redet er von Charaktermasken. Wenn jemand eine Maske trägt, sieht man diese allerdings nicht unmittelbar. Anders als im antiken Theater, wo die Männer, Frauen waren ausgeschlossen, Masken trugen der drei Charaktere, ob weiblich oder männlich, die sie personifizierten. Darum ranken sich auch neue Mythen. Wenn jemand als nicht authentisch gilt, sich verbirgt vor den anderen, gilt er als falsch. In protestantischen Gegenden gelten, ich habe das noch in meiner Jugend erlebt, die Katholiken als falsch. Aber allgemein hat sich auch ein Vorurteil etabliert, nachdem es die Juden sind, die als falsch gelten. Wir hatten vor einiger Zeit die Verfolgung der Maranen, den Konversus, also ins Christentum konvertierten Juden, thematisiert. Diese sollen angeblich ihre jüdische Tradition heimlich weiterpflegen, weswegen wir auch schon zu der Zeit einen rassifizierten Antisemitismus oder Antijudaismus hatten. Bis heute erinnern noch die nicht mit Gardinen verdeckten Wohnungen, zum Beispiel in den Niederlanden daran, dass nach außen gezeigt wird, wir sind ganz normale Menschen, die nichts, vor allem Jüdisches, zu verbergen haben. Dies nahm damals schon den Juden das, was andere in Anspruch nehmen, das Recht auf Intimität. Und das tangierte auch andere, die den Verdacht von sich zu weisen trachteten, ja, gar nicht ein Jude zu sein. Das wiederholt sich heute, wenn in manchen Gegenden der Bundesrepublik Juden vermeiden, als Juden auf der Straße kenntlich zu sein, etwa, wenn sie eine Kippa tragen. Jeder sollte mal darüber nachdenken, nicht nur, was diese Angst mit den Juden macht, sondern auch, was es mit den Nichtjuden, den Goyim, macht. Wenn in manchen Gegenden, denen der Antisemit gerne judenfrei hätte, jemand beschimpft wird, mit du Jude, dann ist das ein Gewaltakt, der die Angst verstärkt, bei allen, den Juden, und den Goyim. Er verhindert auch, dass die Menschen erkennen, dass in dem, was sie für fremd halten, auch ein Mensch steckt, der sich durch nichts, was ihm wichtig ist, unterscheidet. Diese extreme Scheidung von innen und außen, die dann in der intimen Gesellschaft, wie Richard Sennett das nennt, zusammenbricht, ist aber im gesellschaftlichen Realgrund verankert, in gesellschaftlichen Praktiken, die im Alltag nur selten hinterfragt werden. Und hier haben wir so denn auch genau das, was Moschel-Postone an gesellschaftlichen Realgrund auswendig gemacht hat und was er dann auf Phänomene des Antisemitismus applizierte. Wenn wir also bei Marx einen Moment haben, dass wir seine Kritik auf den Antisemitismus beziehen können, ist es, dass er den Sachverhalt, das die kapitalistische Form in jedem einzelnen Individuum zu finden ist, erkannt hat, inklusive der Bewusstlosigkeit, mit der wir das tun. Dies geschieht in Form eines Kreises oder genau genommen einer Spirale, wo das Geld, das aus der Zirkulation gezogen wird, wieder investiert wird. Marx fasst das so auf. Hat die Produktion kapitalistische Form, so die Reproduktion. Wie in der kapitalistischen Produktionsweise der Arbeitsprozess nur als ein Mittel für den Verwertungsprozess erscheint, so die Reproduktion nur als ein Mittel, den vorgeschossenen Wert als Kapital zu reproduzieren, das heißt, als sichverwertenden Wert. Die ökonomische Charaktermaske des Kapitalisten hängt nur dadurch an einem Menschen fest, dass sein Geld fortwährend als Kapital funktioniert. So, Max. Wir sehen hier, dass der Kapitalist gar nicht in seinem Menschsein handelt, sondern, dass er, ohne darüber nachdenken zu müssen, sein Geld als Kapital funktionieren lässt, tote Arbeit, über die Lebendige herrscht, was aber in einem nicht-psychologischen Sinne verdrängt wird, aber so wie eine psychologische Verdrängung wirkt, so dass es eine Wiederkehr des Verdrängten geben kann. Freud sprach ja in Bildern wie dem, dass der Staub immer wieder unter den Teppich gekehrt wird, aber dann doch irgendwann sich der Staub unter den Teppich sich unter den Füßen bemerkbar macht. So wie man da auch nicht weiß, was unter dem Teppich ist, interpretiert der Antisemit das als jüdisch. jüdische Machenschaft, wie das Heidegger in den Schwarzen Heften nannte. Aber Marx hatte schon zu seiner Zeit erkannt, dass schon die Produktionsmittel durch dessen Eigentum jemand zu einer bestimmten Charaktermaske wird, die er Kapitalist nennt. Da hilft es übrigens gar nicht, Terrorist zu werden, denn dann schlägt man einen Menschen, nicht dessen Funktion, oder wie man in instruktiver Spruch hieß, Don't Beat the Players, Beat the Game. Hin und wieder hören wir ja Wolfgang Ports Vortrag Gebremster Schaum, wenn ich ja mal wie es ausfällt, da zeigt der gute Mann, wie schwierig es ist, das Spiel abzuschaffen oder zu verändern. Und im Antisemitismus werden dann die Spieler getroffen, die noch nicht einmal die Spieler sind. Beim Antisemitismus haben wir dann auch die drei Ds, in einem anderen Sinne doppelte dämliche Dummheit. Diese besteht nicht nur, aber wesentlich auch darin, dass man die gesellschaftliche Form nicht von den Mitteln, die sie bestimmt, zu unterscheiden weiß. Der Antisemitismus jedenfalls folgt dem Modell vom Ideologie, den die Zungendrescher zu ihrer Grundlage haben. Marx sieht das auch gerade in der typischen Form der erweiterten Reproduktion, den bestimmte typisch kapitalistische Produktionen entsprechen, die heute schon digitalisiert sind und dann auch noch auf absehbarer Zukunft die Menschen von Arbeit befreit, ohne dass nun für dessen Reproduktion ausreichend gesorgt wird. Hartz IV zum Beispiel ist dafür geschaffen worden, das Elend mit möglichst niedrigen Kosten zu reproduzieren. Das entspringt der objektiven Verblödung, die in der Ideologieproduktion bereits angelegt ist, aber nicht erkannt wird, wenn man nur die Oberfläche betrachtet, hinter die Marx an solchen Textpassagen schaut und gleichzeitig auf die Phrasendrescherei haut, ohne allerdings schon wie Poston, das auch an andere Formen von Ideologieproduktion bezieht, wie den Antisemitismus. Das hört sich bei Marx nun so an. Das stets wachsende Gewicht, der im lebendigen Arbeitsprozess unter der Form von Produktionsmitteln mitwirkenden vergangenen Arbeit wird, also ihrer dem Arbeiter selbst, dessen vergangene und unbezahlte Arbeit sie ist, entfremdeten Gestalt zurückzuschrieben, ihrer Kapitalgestalt. Die praktischen Agenten der kapitalistischen Produktion und ihre ideologischen Zungendrescher sind ebenso unfähig, das Produktionsmittel von der antagonistischen gesellschaftlichen Charaktermaske, die ihm heutzutage anklebt, getrennt zu denken, als ein Sklavenhalter, den Arbeiter selbst von seinem Charakter als Sklave. Diese gesellschaftlichen Charaktere zu begreifen, hat Marx in zeitlich sukzessiven Stufen versucht, wenn er auch von der religiösen zur politischen Frage und dann zur Kritik der politischen Ökonomie überging. Wir hatten das ja schon anhand der Judenfrage und anderen schon thematisiert. Es sind also die Antinomien des bürgerlichen Bewusstseins, die Ausdruck sind des objektiven Realgrunds einer bestimmten politökonomischen Konstellation. Was Postum dem noch hinzufügt, ist die Einsicht, dass dies auch den Antikapitalismus betrifft. Wir haben das hier bei Marx noch einmal ausführlich herbeizitiert, um das genauer zu verstehen und man wird es sich auch immer wieder vor Augen führen müssen, denn die Verhältnisse bestimmen auch unser Verhalten, wenn wir sie durchschaut haben und wir verhalten uns so, als ob wir es nicht besser wüssten. Wie sieht nun dieser falsche Antikapitalismus aus, den wir nicht mehr als verkürzten verharmlosen dürften? Befragen wir noch einmal Poston. Das hatten wir schon in der letzten Sendung zitiert. In fetischistischem Antikapitalismus dieser Art wird beides Blut wie Maschine als konkretes Gegenprinzip zum Abstrakten gesehen. Die positive Hervorhebung der Natur, des Blutes, des Bodens, der konkreten Arbeit, der Gemeinschaft geht ohne weiteres zusammen mit einer Verherrlichung der Technologie und des industriellen Kapitals. Diese Denkweisen sind genauso wenig anachronistisch oder Ausdruck einer historischen Ungleichzeitigkeit zu nennen, wie der Aufstieg von Rassentheorien im späten 19. Jahrhundert als Atavismus aufzufassen ist. Sie sind historisch neue Denkformen, nicht die Wiederauferstehung einer älteren Form. Sie erscheinen nur als atavistisch oder anachronistisch aufgrund ihrer Betonung der biologischen Natur. Das ist jedoch selbst Teil des Fetischs, der das Natürliche als wesensgemäß und ursprungsnäher erscheinen lässt und die geschichtliche Entwicklung als zunehmend künstlich. Solche Denkformen begleiten die Entwicklung des industriellen Kapitalismus. Sie sind Ausdruck jenes antinomischen Fetischs, der die Vorstellung erzeugt, das Konkrete sein Natürlich und dabei das gesellschaftliche Natürliche zunehmend so darstellt, dass es biologisch erscheint. Diese Form des Antikapitalismus erscheint daher nur so, als ob sie sehnsüchtig rückwärts gewandt sei. Als Ausdruck des Kapitalfetischs drängt sie in Wirklichkeit vorwärts. Sie tritt auf im Übergang vom Liberalen zum organisierten industriellen Kapitalismus. Das kapitalistische System ist dadurch ausgezeichnet, dass es zum einen höchst dynamisch ist, weswegen Weltveränderungen allein nicht ausreicht, denn was verändert sich mehr und in immer höherer Geschwindigkeit als die Verhältnisse im Kapitalismus. Zum anderen ist es funktional ausdifferenziert, wenn auch bestimmte abstrakten Eigenschaften in jeder der Sphären emergiert, also in Politik und Wirtschaft, Kultur, Religion, Kunst, wobei bei Letzterer mit dem Stachel gelögt wird, sofern es autonome, absolute Kunst ist, nicht in der Kulturindustrie, die auch Kunst tendenziell vereinnahmt. Die wirtschaftliche Entwicklung konnte nicht alleingelassen werden. Die Voraussetzungen der kapitalistischen Produktionen müssen immer wieder hergestellt werden. Allerdings wegen des Fetischismus des Kapitals darf das nicht ausposaunt werden, selbst dann, wenn Politiker das durchschaut haben sollten. In der Ökonomie haben wir seit den Anfängen des Kapitalismus divergente Theorien, die gegeneinander durchaus partielles Recht haben, die also antinomisch sind, in dem Sinne, wie Kant zeigte, dass Thesis und Antithesis sich gegenseitig widerlegen, um sich zu begründen, sich aber nicht positiv aus sich heraus begründen können. Marx hat daher keine eigene Wirtschaftstheorie geschaffen, sondern diese Antinomien untersucht und diese hören in Marxens Zeit nicht auf. Allein die Geldtheorien vervielfältigen sich, wie die Form, in der der Fetisch auftritt, wie etwas Kreditkarten, Bitcoins und dergleichen. Was aber immer auftritt, dass die Antinomien im Verhältnis von abstrakten und konkreten emergieren, das heißt spontan auftreten, auftauchen. Die einen halten Gold für atavistisch und wollen gänzlich weg vom Gold als Weltgeld, die anderen wollen wegen der Loslösung des Geldes von der Realökonomie wieder zurück zum Gold, da der Verlust der Maßfunktion des Geldes neue Formen von Krisen erzeugt. Das Merkwürdige ist, dass sowohl auf der Linken als auch im Rechtspopulismus und Extremismus die Antinomie einen Durchmarsch macht und solche Fälle wie die, dass Kapitalismuskritiker einen Durchmarsch von extrem links zu extrem rechts machen. Man denke an Tante Else alias Jürgen Elsässer. Die antinomische Form des Denkens ist das Durchgehende und manchmal denkt man auch, diese geht durch wie ein Pferd, das zu hart herangenommen wird. Die Positionen jedenfalls manifestieren sich in unschlichtbaren Streitereien und genau der gesellschaftliche Realgrund ist es ja, der diesen Streit ausmacht. Jürgen Elsässer schrieb 1992 ein Buch gegen Antisemitismus und hat sich wohl, wenn er das, was er geschrieben hat, überhaupt begriffen hat, man weiß ja nie, irgendwann gedacht, was wäre, wenn wir uns mal das Antisemitismus annehmen und das nicht Nazis überlassen. Da hieß es in dem Buch noch am Schluss, ich zitiere, da mache ich mal draus, links ist da, wo keine Heimat ist. Nicht um nationale Selbstbestimmung geht es, sondern um gesellschaftliche. Nicht um den Schutz von Völkern, nicht um die Konstruktion neuer Staaten, sondern um die Destruktion der Bestehenden, nicht um die Zwangshomogenisierung der Individuen zu Nationen, sondern um ihre freie Assoziation zur Staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft. Und nun beginnt der Reden mit, ich bin Jürgen Elsässer und ich bin ein Deutscher. Angesichts der richtigen Einsichten, die wohl nur nachgeplappert waren und mit den Menschen mit Haut und Haaren niemals vermittelt, kann man nur statt der Todesstrafe eine Strafe für ihn fordern, seine eigenen frühen Schriften versuchen zu begreifen. Aber möglicherweise läuft das auf dasselbe hinaus. Der Angriff auf das Abstrakte hatte Poston als Form des falschen Antikapitalismus begriffen und so geht ja sein Text auch weiter. Er schreibt, diese Form des Antikapitalismus beruht also auf dem einseitigen Angriff auf das Abstrakte. Abstraktes und Konkretes werden nicht in ihrer Einheit als begründende Teile einer Antonomie verstanden. Für die gilt, dass die wirkliche Überwindung des Abstrakten, der Wertseite, die geschichtlich praktische Aufhebung des Gegensatzes selbst, so wie jeder seiner Seiten einschließt. Stattdessen findet sich lediglich der einseitige Angriff gegen die abstrakte Vernunft, das abstrakte Recht und auf anderer Seite Ebene gegen das Geld und Finanzkapital. So gesehen entspricht dieses Denken seiner komplementären liberalen Position in antinomischer Weise. Im Liberalismus bleibt die Herrschaft des Abstrakten unbefragt. Eine Unterscheidung zwischen positiver und kritischer Vernunft wird nicht getroffen. Soweit Poston. Gucken wir uns den Umkreis an, in dem Elsässer sich austobt und ebenso wirre Gestalten wie Ken Jebsen ihn begleiten bis hin zu den sich geistig völlig ausschließenden Positionen der AfD, die da vertreten werden. Mal gegen den Islam, mal auch für den Islam, was für ein Neid auf den Islamismus zeugt. Auch die Front National in Frankreich hat sich vom Antisemitismus gleichermaßen distanziert und die sichtbaren Formen unsichtbar gemacht und sogar eine Kritik des islamischen Antisemitismus für sich vereinnahmt. Sogar Juden, die sogar teilweise Mitglied sind in ihrer Partei, lassen sich da freiwillig instrumentalisieren. In abstrakte Formen, die nicht durchschaut sind, lässt sich alles Mögliche projizieren. Das ist dann ein leichter Übergang in Pseudokonkretheit. Poston begreift das im falschen Antikapitalismus folgendermaßen. Der sogenannte antikapitalistische Angriff beleibt jedoch nicht bei der Attacke auf das abstrakte als abstraktem stehen. Selbst die abstrakte Seite erscheint vergegenständlich. Auf der Ebene des Kapitalfetischs wird nicht nur die konkrete Seite naturalisiert und biologisiert, sondern auch die erscheinende abstrakte Seite, die nun in Gestalt des Juden wahrgenommen wird. So wird der Gegensatz von stofflich konkretem und abstrakten zum rassischen Gegensatz von Aria und Jude. Der moderne Antisemitismus besteht in der Biologisierung des Kapitalismus, der selbst nur unter der Form des erscheinenden Abstrakten verstanden wird. als internationales Judentum. Adorno hat das auch in, also hinsichtlich der heideggerischen nationalsozialistischen Weltanschauung herausgearbeitet, dabei sich auf Günther anders berufen. Hierbei ist wichtig, und das bestätigt auch Poston, dass der Antisemitismus auch in der Variante bei Heidegger, wie auch des Nationalsozialismus, nicht etwa archaisch oder historisch rückwärts gewandt ist, sondern durchaus auf dem Boden der Bedingungen kapitalistischer Produktion steht und entsteht. Ich zitiere Adorno. Günther Anders hat vor Jahren schon die Pseudokonkretheit der Fundamentalontologie angeprangert. Das in der deutschen Philosophie zwischen den beiden Kriegen höchst affektiv besetzte Wort Konkretion war durchtränkt mit dem Geist der Zeit. Seine Magie bediente sich jenes Zuges der homerischen Nekia, da Odysseus, um den Schatten zum Sprechen zu bringen, sie mit Blut fütterte. Blut und Boden wirkte vermutlich gar nicht so sehr als Appell an den Ursprung. Der ironische Beiklang, der die Formel von Anfang begleitete, verrät das Bewusstsein des Fadenscheinigen von Archaik unter den Bedingungen hochkapitalistisch-industrieller Produktion. Selbst das Schwarze Korb, so hieß die Werbezeitschrift der SS, murkierte sich über die Bärte der alten Germanen. Stattdessen lockte der Schein des Konkreten als des nicht Austauschbaren nicht von Gieblem. Inmitten einer auf Monotonie sich zu bewegenden Welt ging jedes Phantasma auf. Phantasma, weil es nicht an den Grund des Tauschverhältnisses rührte, sonst hätten die Sehnsüchtigen erst recht von dem sich bedroht gefühlt, was sie Gleichmacherei nannten, dem ihnen unbewussten Prinzip des Kapitalismus, dass sie dessen Widersachern vorwarfen. Obsession mit dem Begriff des Konkreten verband sich mit der Unfähigkeit, es mit dem Gedanken zu erreichen. Das beschwörende Wort ersetzt die Sache. Das Abstrakte muss sich also an einem Konkreten festmachen, wie er auch der Wert der Ware nur an einer anderen Ware sich festmacht. Marx sprach ja mal von innerlich beschnittenen Juden, das hatten wir auch auswählig diskutiert, also das paulinische Christentum, das auf Zeiten zurückging, als die Christen noch nicht dachten, dass sie keine Juden seien. Oder am Geld, wo die Sanktionen sich nur noch an Zeichen festmacht. Die Masse von Verschwörungstheorien, die heute vertreten werden, wo die Rede ist, von Bilderbergern, Rothschilds, Rockefeller, wobei man dann einen Baptisten zum Juden erklärt. Aber wirklichkeitstüchtig ist das ja alles nicht. Also die mit selektiv ausgewählten, aber überbordenden empirischen Material gefüllt werden. Das zeigt genau diese Pseudokonkretheit, die ihre Entsprechung durchaus im Fetischismus von Ware, Geld und Kapital hat. Bei den Verschwörungstheoretikern und antisemitisch sind sie fast alle, sehen wir diese Pseudokonkretheit. Die Herrschaft des Kapitals wird mit den Juden assoziiert. Diese Wende, das zu erkennen, finden wir nun auch bei Poston. Er schreibt, meine Deutung nach wurden die Juden also nicht nur mit dem Geld, das heißt der Zirkulationssphäre, sondern mit dem Kapitalismus überhaupt gleichgesetzt. Diese fetischisierende Anschauung schloss in ihrem Verständnis des Kapitalismus alle konkreten Aspekte wie Industrie und Technologie aus. Der Kapitalismus erschien nur noch als das Abstrakte, das wiederum für die ganze Reihe konkreter gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen, die mit der schnellen Industrialisierung verbunden sind, verantwortlich gemacht wurde. Die Juden wurden nicht bloß als Repräsentanten des Kapitals angesehen. In diesem Fall wären die antisemitischen Angriffe wesentlich klassenspezifischer gewesen. Sie wurden vielmehr zu Persönifikationen der unfassbaren, zerstörerischen, unendlich mächtigen internationalen Herrschaft des Kapitals. Bestimmte Formen kapitalistischer Unzufriedenheit richteten sich gegen die in Erscheinung tretende abstrakte Dimension des Kapitals in Gestalt des Juden. Und zwar nicht etwa, weil Juden bewusst die Wertdimension des Kapitals in Gestalt des Juden, sondern vielmehr deshalb, weil durch den Gegensatz seiner konkreten und abstrakten Dimension der Kapitalismus selbst so erscheinen konnte. Deshalb geriet die antikapitalistische Revolte zur Revolte gegen die Juden. Die Überwindung des Kapitalismus und seiner negativen Auswirkungen wurde mit der Überwindung der Juden gleichgesetzt. Aber warum macht sich die biologische Deutung der abstrakten Seite des Kapitalismus, Zins- und Finanzkapital ausgerechnet an den Juden fest? Da kann auch Poston nur historisch argumentieren. Die lange Geschichte des Antisemitismus und die Assoziation des Juden mit dem Geld haben wir ja schon bei den Jungkriegeljahren gesehen. Und bei Marx finden wir auch eine solche Deutung. Ja, nicht in dieser Weise, sondern das Geld wird als Ursache für die Entwicklung des Judentums gesehen. Nicht den Juden wird die Schuld gegeben, sondern dem Geld wird die Schuld für den Judensagen gegeben. Wir haben auch schon auf den Prozess der Emanzipation des Judentums, der ja als Judenfrage damals noch referenziell identisch gewesen ist, öfter hingewiesen. Die die Transformation des Antijudaismus erzwang. Die Zahl der Juden an den Universitäten, in den freien Berufen, im Journalismus, den schönen Künsten, im Einzelhandel nahm immer schneller zu. Das heißt, die Juden wurden in der bürgerlichen Gesellschaft rasch aufgenommen, besonders in Sphären und Berufen, die sich gerade ausweiteten und mit der neuen Form verbunden waren, die die Gesellschaft nun annahm. Man könnte viele andere Faktoren berücksichtigen. Einen möchte ich hervorheben. Ebenso wie die Ware als gesellschaftliche Form ihren Doppelcharakter in dem äußerten Gegensatz zwischen dem abstrakten Geld und dem konkreten der Ware ausdrückt, so ist die bourgeoisie Gesellschaft die Trennung zwischen Staatsbürger und Privatperson darstellend. Als Staatsbürger ist das Individuum abstrakt. Das drückt sich zum Beispiel in der Vorstellung von der Gleichheit aller vor dem abstrakten Gesetz, zumindest in der Theorie aus, oder in der Forderung eine Person, eine Stimme. Als eine Privatperson ist das Individuum konkret eingebettet in reale Klassenbeziehungen, die als privat angenommen werden. Das heißt, sie betreffen die bürgerliche Gesellschaft im Gegensatz zum Staat und sollen keinen politischen Ausdruck finden. In Europa war jedoch die Vorstellung von der Nation als einem rein politischen Wesen abstrahiert aus der Substantialität der bürgerlichen Gesellschaft nie vollständig verwirklicht. Die Nation war nicht nur eine politische Entität, sie war auch konkret durch eine gemeinsame Sprache, Geschichte, Tradition und Religion bestimmt. In diesem Sinne erfüllten die Juden nach ihrer politischen Emanzipation als einzige Gruppe in Europa die Bestimmung von Staatsbürgerschaft als rein politischer Abstraktion. Sie waren deutsche oder französische Staatsbürger, aber keine richtigen Deutschen oder Franzosen. Sie gehörten abstrakt zur Nation, aber nur selten konkret. Sie waren außerdem noch Staatsbürger der meisten europäischen Länder. Da folgt Poston, also eminent der nationalistischen Ideologie durchaus. Und daraus entspringt ja auch, dass der Jude als Antination und Antirassigkeit. Und Poston bemerkt dann noch, die Juden wurden als wurzellos, international und abstrakt angesehen. Also man warf den Juden vor, dass sie doch nicht diese deutschen Wurzelwaschstellen sind. Wir sehen allerdings, dass das Ganze nicht mit einer Manipulationstheorie begriffen werden kann. Bei den Nazis jedenfalls war die Weltanschauung mit der Antisemitischen innerlich verbunden, was ja nicht immer sein muss bei faschistischen oder rechtspopulistischen Ideologien. 1934 wurde Poston zufolge auf den zu konkreten und biblischen Antikapitalismus der SA verzichtet. Nicht aber auf die antisemitische Grundhaltung. Die Erkenntnis also, dass das abstrakte Quelle allen Übels sei, das heißt der Jude. Außerdem bedurfte es immer des Konkreten als notwendigen Träger des Abstrakten. Poston hat das sogar auf Auschwitz bezogen. Die Vernichtungslager, schreibt er, waren demgegenüber keine entsetzliche Version einer solchen Fabrik, sondern müssen eher als ihre groteske, arische, antikapitalistische Negation gesehen werden. Auschwitz war eine Fabrik zur Vernichtung des Werts, das heißt zur Vernichtung der Personifizierung des Abstrakten. Hier sehen wir natürlich wieder einmal, dass das Abstrakte, dass ja jedes Verhältnis ja unsichtbar ist. Das muss sich an einem Konkreten oder Pseudokonkreten zumindest exemplifizieren lassen. Wir können den Wert nicht vernichten in diesem Sinne, wie wir Menschen vernichten. Das führt also zu einer Vernichtung der Personifizierung des Abstrakten. Sie hatte die Organisation eines teuflischen industriellen Prozesses mit dem Ziel, das Konkrete vom Abstrakten zu befreien. Dies wird hier im Alltag ja auch häufig, durchaus in vielen Zeitungen wird man das finden, in Fernsehen und Rundfunk, bei uns hier hoffentlich nicht so oft. Dass das Abstrakte bekämpft wird, aber dass die konkreten Formen erhalten bleiben sollen. Also 2008, so in etwa bei der Finanzkrise, da verstärken sich solche Tendenzen. Es ist kein Wunder, dass dann solche Gestalten wie Ken Jebsen, aber auch dann, obwohl zumindest in seinen Schriften das als durchschaut propagiert wurde, das Finanzkapital in der Weise bekämpft wird. Also man ist ja also dann gegen die Banker. Man hatte sich dann ja auch einen Schweizer, der bei der Deutschen Bank arbeitete, außer Koren. Also besonders schlimm. Es war nur für die schade, dass es dann wohl kein Jude war, sonst hätte man ja da auch noch Antisemitismus dort drauf basieren lassen können. Man sucht ja immer irgendwie eine Konkretisierung, aber da waren ja auch die Lehmann Brothers und so, solche Leute. Also die Verschwörungstheoretiker sind da immer sehr erfinderisch, wenn es darum geht, irgendwo Juden auszumachen, unter der Masse von Agenten der Zirkulation. Dies war ja, wie wir das auch schon gezeigt haben, bei Wilhelm Maren nicht anders, aber auch bei Otto Glagau, da ging es um den sogenannten Gründungsschwindel. Da wurde immer betont, wurde der Name immer nur dann betont, wenn es sich um einen Juden handelte. Die meisten dann Christlichen, die wurden dann, sagen wir, unterdrückt und gar nicht gesondert erwähnt. Oder wenn, dann höchstens als Alibi. Der erste Schritt also, das Konkrete vom Abstrakten zu befreien, da war gerade stehen geliehen bei Moschel Poston, war die Entmenschlichung. Das heißt, die Maske der Menschlichkeit wegzureißen und die Juden als das zu zeigen, was sie wirklich sind. In Anführungszeichen natürlich. Schatten, Ziffern, Abstraktionen. Daran erkennt man ja auch, wir hatten die Geschichte des gelben Sterns ja auch mal gehabt, dass es bereits schon ganz früh bei den Muslimen gab und dann im Mittelalter das gelber Fleck und solche Dinge immer wieder auftauchten. Und letztendlich bei den Nazis wurde der gelbe Stern dann auch den Leuten an den Mantel geheftet. Das ist etwas, was dadurch, also deswegen gefordert wird, weil man ja nicht nur Abstraktionen verfolgen kann. Wie soll man? Man muss dann schon wissen, wer was ist, sich die ganze Praxis, ARIA-Nachweise zu erstellen und solche Sachen, was da also die Masse der Leute ja machen musste. Also das war der erste Schritt. Kennzeichnen beziehungsweise also als das zeigen, was sie wirklich sind. Schatten, Schatten, Ziffern, Abstraktionen. Der zweite Schritt war dann, diese Abstraktheit auszurotten. Sie in Rauch zu verwandeln, jedoch auch zu versuchen, die letzten Reste des konkreten Gebrauchs abzuschöpfen. Kleider, Gold, Haare, Seife. Jeder, der also Filme gesehen hat, nach der Befreiung von Auschwitz von den Deutschen durch russischen, amerikanischen, amerikanischen, englischen Truppen, hat man ja diese Berge von Schuhen und alles Mögliche gesehen. Also Auschwitz, nicht die Machtergreifung 1933, war die wirkliche deutsche Revolution. Die wirkliche Scheinumwälzung der bestehenden Gesellschaftsformation. Diese Tat sollte die Welt vor der Tyrannei des Abstrakten bewahren. Und den Schluss, den den Poston dann sieht. Aber damit jedoch befreiten die Nazis sich selbst aus der Menschheit. Das erinnert an einen Briefwechsel, den Herbert Marcuse damals nach 1945 mit Heidegger hatte. Er hatte da Heidegger vorgeworfen, da sich nicht zu dem Nationalsozialismus zu äußern und sich auch nie davon distanziert zu haben. Und Heidegger setzte dann in seiner Antwort die Ermordung von Millionen von Menschen gleich mit dem motorisierten Ackerbau. Das, woraufhin Marcuse ihm dann auch vorwarf, sich außerhalb der Menschheit zu stellen. Diese Formulierung hatten wir ja auch schon bei Postonen auch schon vernommen. Oder eine ähnliche Formulierung. Das hängt auch damit zusammen, dass Mosche Postonen mal mit der Leiterin der Marcuse-Gesellschaften, Barbara Brick, mal liiert war. Das sind so personelle Verbindungen, woran man sieht, wer sich für was interessiert. Wie sehr das jetzt auch Denker wie Heidegger betrifft, kann man an den schwarzen Heften nicht nur sehen, sondern am ganzen Denken Heideggers, das ja so eine Art Fetischkult ist. Im Grunde an der antisemitischen Denkform partizipiert. In den nächsten Tagen erscheint übrigens ein kleines Büchlein von mir bei der Hellen Panke. Also Martin Blumtritt, kein Sein ohne Seiendes. Die Heidegger-Kritik Adornos als Zentrum Negativ-Dialektik. Die das auch an Heidegger dann ausführlicher zeigt. Das kostet nur 3 Euro. Aber ich will hier keine Werbung machen, sondern das nächste Mal weitermachen.